Wie hat Ihnen das Spiel gefallen? Ja, heute muss ich sagen, ich kann lachen. 2014 in Brasilien, ich habe geweint, aber heute muss ich lachen. Das Spiel war ein Freundschaftsspiel. Wir haben nicht so viel gesehen. Das Spiel war für mich am Anfang ein bisschen langweilig. Was? Am Anfang schon, aber danach war es ein bisschen besser. Aber aus meiner Sicht, ich glaube, Brasilien hat besser gespielt als Deutschland.